Deine Meinung ist absolut entgegengesetzt der Meinung deines Gesprächspartners und du willst trotzdem haben, dass dir dein Gesprächspartner zuhört und du bestenfalls den Gesprächspartner auch von deiner Meinung überzeugst. Okay, wie geht das? Ich glaube, ich habe da einen Vorschlag für dich. Wenn ein Mensch auf dich zukommt und sagt, du, wir müssen mal reden, dann bedeutet es noch lange nicht, dass dieser Mensch damit meint, du, ich möchte ja auch zuhören. Gerade wenn dein Gesprächspartner unter Stress steht, ist es diesem Tendenz wichtig, bei dem Gespräch auch Gehör zu finden. Merken wir uns bitte diesen Umstand ganz genau. Ja, in emotional angestrengten Situationen möchten Menschen sich gehört fühlen. Und in dem nicht so ist, kann es sein, dass die gesamte Konversation gegen die Wand läuft. So sicherlich hast du schon mal in solchen Situationen gesteckt. Ja, und du kennst auch Aussagen wie, also nie hörst du mir zu. Also du hast mir die letzten zehn Jahre ja noch nie zugehört. Oder im Zuhören bist du wie deine Mutter auf allen Ohren taub. Alle diese Aussagen, die rühren von dem Grundgefühl her nicht gehört zu werden. Es ist also von absoluter Wichtigkeit, dass gerade in emotional aufgeladenen Situationen ich dem Gegenüber das Gefühl vermittle, gehört, verstanden, akzeptiert und respektiert zu werden. Jetzt zählt nur der Gesprächspartner und andere Dinge zählen nicht. Also merke dir vielleicht jetzt schon mal das Akronym GVAR. Ja, also gehört, verstanden, akzeptiert und respektiert. Ich werde da jetzt nochmal drauf eingehen. Also es mag Menschen geben, die das Konzept völlig verwerfen. Ja, die sind damit nicht einverstanden. Und da trifft man manchmal auch auf Aussagen wie, ja, aber Menschen möchten doch gerne haben, dass ich mit deren Meinung übereinstimme. Jeder möchte doch am liebsten haben, dass ich mit seiner Haltung einverstanden bin. Und nur zu verstehen, das reicht doch nicht. Hm, ja, es gibt Menschen, die treffen solche Aussagen. Im Kern klingt das ja sehr, sehr logisch und auch nachvollziehbar. Für meine Begriffe ist es das aber nicht. Menschen mögen nicht haben, dass wir zwingend mit deren Meinung übereinstimmen. Psychologisch ist es meiner Erfahrung noch viel wichtiger, diesen Menschen das Gefühl zu vermitteln, gehört, verstanden, akzeptiert und respektiert. G-V-A-R zu werden. Gelingt mir das, ist es für den Gesprächspartner viel einfacher, sich auch meine Meinung anzuhören. Ja, selbst wenn diese einen absoluten Gegensatz zu der Meinung des Gegenübers darstellt. Fühlt sich der Gesprächspartner gehört, verstanden, akzeptiert und respektiert. Könnten Gespräche folgendermaßen laufen. Du sagst, wenn ich dich also richtig verstanden habe, dann denkst du... Dein Gegenüber sagt, ja. Du sagst, also ich kenne deine Ansicht über die Sache jetzt. Meine Ansicht ist eine gänzlich andere. Und ich habe heute zum ersten Mal mit dir eine komplett andere Ansicht kennengelernt. Möchtest du gerne wissen, wie ich zu meiner Ansicht kam? Ich denke, dass es jetzt zumindest mal wahrscheinlicher ist, dass der Gesprächspartner sich auch meine Meinung anhört. Und vielleicht sogar Ja sagt dazu. Ja. Und alles nur das, weil er sich gehört, verstanden, akzeptiert und respektiert fühlt. GVAR. Also wenn du nächstes Mal den Fokus auf diesen Umstand setzt, also nur auf diesen Umstand, dann glaube ich, wird deine Überzeugungskraft deutlich besser werden. Ja, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir was. Dein Frank.